Asylpolitik in Deutschland, die stößt schon seit vielen Jahren bei den Bürgern auf Unverständnis. Doch jetzt scheint der Staat Bayern wild entschlossen zu sein, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Ja, die Perversion, so scheint es komplett zu machen. Im beschaulichen Seehaupt am Starnberger See bei München, so liest man, ist geplant, ein Seegrundstück zu nutzen im Wert von ca. 6 Millionen Euro, um dort ein Luxus-Asylheim für Geflüchtete zu bauen. Geplant ist ein moderner Bau, energieeffizient, der sogar eine Kinderbetreuung anbietet, damit die Mütter ihre Kinder dort kostenlos betreut bekommen. Natürlich ist der Aufruhr in der Gemeinde groß, Unverständnis geht durch alle politischen Reihen, aber der eigentliche Skandal, der sich hinter dieser Idee verbirgt, noch legt kein Bauantrag vor, gegen den man juristisch vorgehen könnte. Aber das Unverständnis, die Absurdität, die liegt darin, dass es die CSU ist. Eine Landesregierung der CSU, die offenkundig kein Problem damit hat, dass hier erneut der Bürgerwille mit Füßen getreten wird. Eine CSU, die gerne nach außen markige, migrationskritische Sprüche bringt. Ein Söder, der zunehmend die Grünen und die Migrationspolitik der letzten Jahre kritisiert, aber offenkundig kein Problem damit hat, in München und am Starnberger See Luxusbauten zu planen, die bar jeden Verständnisses bei den Wählern in unserem Land ist. Und es zeigt diese Bundesregierung, aber auch diese Union, die ist eine Mogelpackung, die steht nicht für einen asylpolitischen Kurswechsel. Die zeigen im kommunalpolitischen Bereich, wie auch im landes- und bundespolitischen Bereich, dass sie diese Asylpolitik mittragen. Und deswegen ist ein Wechsel der Asylpolitik nur mit der Wahl anderer Parteien möglich.